Servus, ein neues Video von mir. Wo sind wir hier? In der Türkei. In der Türkei bei Kabadokien bei Göreme. Guckt euch diese Aussicht mal an. Bombastisch, bombastisch. Hier werden die ganzen Heißluftballons gerade fertig gemacht. Ihr seht, dass da auch schon einige in der Luft sind. Eine Attraktion hier. Mit der Morgendämmerung werden die Ballons alle gefüllt und sobald die Sonne aufgeht, sollten alle in der Luft sein, damit die Menschen, die da drin in den Ballons sitzen, dann sich das entsprechend anschauen können, was wir hier auch gerade machen. Es ist aktuell 5.30 Uhr. Wir sind hier in der Türkei in Kabadokien. Bei Ülgüp Göreme nennt sich das ganz genau. Ja. 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 Ja.